Hey ihr Lieben, es ist Dienstag, ich bin die Sarah und heute wird es eher etwas theoretisch. Bevor ich mit dem Wochenthema anfange, erstmal Hallöchen, ihr neuen Nosyrosys. Wir haben nämlich seit gestern drei neue Nosyrosys. Eigentlich haben wir nur zwei gesucht, aber uns haben die Videos so gut gefallen, dass wir gesagt haben, nein, wir müssen alle drei haben. Das wäre einmal die Annalena am Mittwoch, die teilt sich jetzt einen Platz mit der Mia. Dann am Samstag die Li, zusammen mit der Hannah. Und Jen und Anna sind dann zusammen jetzt am Sonntag dran und wechseln sich dann auch immer ab. Wir werden auf jeden Fall Multikulti, so viel ist zu sagen, aber die drei werden sich diese Woche noch vorstellen. Mein scheiß Speckzettel. Also das Wochenthema lautet Genderforschung. Das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Man kann über Sexismus reden, man kann über Feminismus reden, über Emanzipation, über die Frauenquote und so weiter und so fort. Gestern hat der Thomas ein Video über Feminismus gemacht und ich möchte jetzt mal ausnahmsweise, ich hoffe ihr verzeiht mir, nicht konkret über das Thema Homosexualität reden. Ich möchte nämlich eine Studie von Barbara Caddy, die 2003 durchgeführt wurde, ja, so ein bisschen besprechen. Die hat sich die verschiedenen Konzepte vom Begriff Familie genommen und hat ganz, ganz viele Interviews durchgeführt, in denen sie gefragt hat, okay, wie steht ihr jetzt zum Thema Familie, seid ihr eher familienorientiert oder eher berufsorientiert? Und da gibt es nämlich sieben Abstufungen. Und jetzt schon mal die Frage vorab, zu welcher Orientierung bzw. zu welcher Lebenswelt, so nennt Barbara Caddy das, würdet ihr euch zählen? Also ich fange mal mit der ersten Orientierung, das wäre die Familienorientierung. Ja, das ist sozusagen die konservative Familie, wo der Mann arbeitet und die Frau einfach zu Hause bleibt. Dann gibt es noch die Berufsorientierung. Hier sind beide Partner berufstätig. Und wenn Kinder da sind, die natürlich auch eher so zweitrangig sind, dann auf jeden Fall sind die Kinder Frauensache. Also wenn es Kinder gibt, dann muss die Frau sich um die Kinder kümmern. Als drittes ist zu nennen die Doppelorientierung. Das ist die am meisten verbreiteteste, die am meisten verbreitet in Deutschland. Hier wird die Berufs- und die Erziehungsarbeit unter den Partnern aufgeteilt. Das bedeutet, sowohl der Mann ist für die Kinder zuständig als auch die Frau. Und das gleiche gilt natürlich auch für Arbeiten. Meistens arbeiten dann auch beide. Dann gibt es noch der gemeinsame Weg. Das Leben des einen Partners richtet sich vollkommen nach dem Leben des anderen Partners. Wenn zum Beispiel meine Freundin, das kann man natürlich auch alles auf homosexuelle Beziehungen umwinzen, wenn meine Frau oder meine Freundin sagt, okay, ich möchte das und das machen, dann sage ich, okay, alles was du willst, ich mache mit. Zum Beispiel, wir wandern aus. Dann sage ich, okay, dann wandern wir halt aus. Dann gibt es noch den eigenen Weg. Das ist konträr zu dem gemeinsamen Weg. Hier sage ich, nö, egal was meine Partnerin macht, ich stehe im Mittelpunkt, ich möchte mich selbst entfalten. Und wenn es klappt, dann klappt es in der Beziehung. Wenn nicht, dann nicht. Und ob mit Kindern oder ohne Kindern, das steht nicht im Vordergrund. Dann gibt es auch Menschen, die in den Interviews gesagt haben, nö, eigentlich möchte ich mich gar nicht verändern. Ich bin glücklich, wie es gerade ist. Das nennt man dann die Aufrechterhaltung des Status Quo. Dann gibt es noch die Menschen, die sich überhaupt nicht im Klaren sind, wie ihre Zukunft jetzt aussehen wird. Das nennt man dann die Suche nach Orientierung. Wir leben dann in den Tag hinein und gucken mal, was passiert. Hier macht die Unschlüssigkeit einen großen Teil aus. Und meistens bekommen diese Personen keine Kinder. Ja, Ausnahme steht ihm geregelt. Gut, das sind diese sieben Lebenswelten. Es würde mich mal interessieren, welche du sagst, das passt zu mir.